liebe geschwister im glauben mit einer kleine erinnerung beziehungsweise eine idee die vielleicht sehr vielen zu sehr viel lohn bringen kann vor kurzem kamen brüder zu uns hier bei ansar und haben für ramadan pakete gespendet für jedes land was hier drauf sie zweimal ein paket gespendet und natürlich ein mensch bedürftigen für den ganzen monat lang fasten brechen das fasten brechen zu ermöglichen ist sowieso ein gewaltiger lohn dafür braucht man nicht viel zu reden kurz gesagt ich habe die gefragt wie die darauf kamen und die meinten die haben eine whatsapp gruppe haben aufruf unter sich gemacht haben das geld haben die verantwortung genommen haben das geld gesammelt und dann dies dafür gespendet die haben mehr gesammelt als sie wollten und haben natürlich noch andere zwecke genommen wie wasser wasser für somalia et cetera geschwister im glauben ein aufruf an euch jeder von uns hängt in whatsapp gruppen in facebook gruppen telegram gruppen und man könnte die verantwortung nehmen mal einen aufruf machen die daten posten das geld sammeln dies da und dieses geld dann über das konto oder halt hier vorbei bringen und spenden für diese zwecke und der lohn den werden wir sehen am jungen kiamat denkt daran dass hier alles gute sind werden bei allah barakallahu fikum wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh und und Untertitelung des ZDF, 2020